Hallo Leute, ich habe die ganze Zeit Stories gemacht, so richtig Mühe gegeben mit Cut und Schnitt und so über die Reels Funktion, alles weg. Am Ende, ich wollte es dann speichern, das Video und dann, wenn die Stories reinmachen, einfach komplett alles stehen geblieben und dann geht gar nichts mehr und das hat man auch manchmal bei den Insta-Stories. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr Stories macht, viel hintereinander oder was auch immer. Drückt einmal den Aufnahmeknopf, legt die Kamera einmal hin und her, wenn es dann nicht stehen bleibt, löscht das Video und dann könnt ihr eure Stories machen. Instagram ist ja so verbuggt, dass du machst voll viele Stories und dann hörst du auf zu filmen und dann kommt nur dieser Ladekreis bis zur Unendlichkeit und dann geht nichts mehr. Darauf müsst ihr achten. Nochmal schneller Zwischenstopp im Bürochen hier bei uns in der Neosabs Abteilung und ich habe mir hier jetzt noch mal schön Intra Force Blueberry hier reingekippt. Danach geht das ins Training. Ich weiß nicht, ob ich Beine trainieren soll, weil morgen habe ich auch noch einen Trainingstag oder ob ich heute Grundübungen durchgehe, aber die dann auf Kraft mache, wie Bankdrücken, Military Press, Kniebeuge und so weiter und so fort. Vielleicht gehe ich die Richtung. Nochmal kurzer Abstecher hier bei Stefan. Ganz viele Fragen von meinem Postfach. Stefan bekommt das sogar außerhalb von meinem Postfach. Er kann gar nicht in meinen Postfach reingucken, aber er kann in die Kommentare reingucken, Videos und Instagram-Posts. Was ist mit unser Kreatin? Das Neosabs Kreatin ist ständig ausverkauft. Ja, es ging dieses Jahr extremst schnell weg und dann haben wir aber auch schnell die Initiative ergriffen, weil das ausverkauft war. Okay, ey, unser Kreatin bekommt auch ein neues Design, genauso wie unser Intra Force hier zum Beispiel, das ist ja unser neues Design und auch wie unsere neuen Kapselprodukte und so weiter. Die haben ein neues Design bekommen und das sieht dann so aus. Das ist jetzt hier das Label zum Beispiel von unserem Kreatin. Hier haben wir Kreatin, Monhydrat und das ist dann die Dose. Ich habe das eben so aufgeklebt. So sieht das dann aus oder so könnte es aussehen. Hier haben wir nochmal einen Markenrohstoff am Start. Da darf Stefan nochmal ganz schnell was zu sagen. Ein paar Sekunden hast du noch. Wir haben zweimal Kreatin, wir haben einmal das Kreatin pur, das aus Deutschland kommt und das andere Kreatin. Also Leute, in ca. 2 Wochen könnt ihr wieder bei Neosabs unser Kreatin kaufen bzw. auch neues Kreatin. Und ich kann nur sagen, ich trinke jeden Morgen nach dem Schlafen Kreatin immer schön 5 Gramm rein und dann geht es halt direkt los. Das mache ich jetzt seit ca. fast 4 Wochen. Und ich muss sagen, es fühlt sich einfach ultra gut an, mit dem Kreatin zu trainieren. Während des Trainings gibt es das Interforce, nach dem Training gibt es das Way, vor dem Training gibt es nochmal ein Pre-Workout. Und natürlich die Kapsel nicht vergessen, ich nehme gerne Omega 3 und Zink, was auch übrigens das neue Design bekommen hat. Und deswegen Leute, habt Geduld, noch 2 Wochen und dann ist das Kreatin-Folgen am Start. does Kreatin-Folgen am Start. Vielen Dank.